In Ferriestadt schwatzen die Leute von seltsamen Erscheinungen und Vorzeichen. Zwei Pferde sollen sich aufgefressen haben. Und auf dem Friedhof hätten sich die Gräber geöffnet und überall sollen die Gebeine der Toten herumliegen. Außerdem sind am Mittagshimmel vier Sonnen gesehen worden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017